Hä? Darfst du das? Das Land zu nehmen? Ja. Ja. Deswegen muss Buke nachher im RT-Jointen, schafft er das? Oder hat er das schon, ne? Hä? Hat er das überhaupt schon mal? Hat Buke überhaupt schon mal am Markt gespielt? Ja, hin und wieder. Buke überhaupt schon, 18? Ah ja, du hast bei uns letztens noch mal ein bisschen, ne? Du hast ja eine Runde da. Ah, erste Runde. Der muss seine Goldkämpfe holen. Sicher? Ja. Das war JVG. Das war JVG, Mann. Nee, nee. Davor habe ich zu wenig Revolte Points. Ja? Ja. Oder das war der Monat davor, glaube ich. Vor JVG Gold. Ja. Du weißt, dass er das im Local Chat auch nicht lesen kann, wenn er dich aufgegnoren hat, ne? Ja. Aber trotzdem alle anderen lesen, also. Einmal ein bisschen Spanisch für den. Soll ich ihm schreiben, porro de mierda, la reputa que te recontra milparios. Beispiel. Ja, aber dann ist er auch beleidigt. Ist das Türkelschüler gewesen? Nee, das war Spanisch. Nein, Mann. Das soll... Nicht etwa... Sprecher sogar sehr gut zu Spanisch. Vielleicht in Argentinien werden es sein. Vielleicht hier vielleicht auch nach Argentinien. Echt? Nach Buenos Aires. Ja, das ist der einzige Ort, wo man polarisieren. Ja, das ist... Seine Familie saß über... Das ist ein Darkscape gewasted. Ey, das ist fucking sehr da, wenn ich vorstehe. Ich laufe einfach direkt Zweite, oder? Scheiß drauf. Ey, die haben Technics gemacht. Technics. Ich should've been running. Die machen Technics. Float rush! Oh my god! Ja, ich hasse Splatches. Ne. Das cool ist. Das cool ist. Das cool ist nicht. Push! Yeah, I'm gonna go this way and kill them. I'm gonna go the other way. I'm gonna go the other way. Okay. Aura? Nice draw. Okay, dude. You can draw it. Oh, oh, oh. Erick down. What is he doing? Erick down. Erick down. Erick down. Hallo? Erick down. Was in der Range? Er ist voll nicht. Oh, I nearly got him. Ah, smart one. Bitch, will be complicated. I was there. Auf, hab ich den Calls. Guck mal, kaum ist die Linke, mit dem Main Team besterbert. 3, 2, 1. Kass, da mal rein. Kass, da mal rein. Blood one. One. Oh, man. Blood one. How does their dervish have bots? Didn't they not take it yet? Yeah, I died. Oh, okay. I got three. Two. One. Shattering. Oh, die on the EOS though. Cardmonk infuse. What a great infuse man. Really shit. Three. Two. One. They're running on warrior pussies. Shame on the blood man. Blood one. They didn't have a flag yet. They didn't have a flag yet. You shot three star? Yeah, I'm the boss again. Three. Two. One. What? The protos are not very in the armor. They're refused phantomly. Three. Two. One. That's good luck. Wieder wieder weg. Three. Two. One. Blood. Nevermind. Yeah. Mist solid, lol. Hello, well, well.. Surge-clapes over the floor continued. Aye well. tôi th good fingers. casi transition from před an よil Why areŭ vests per Riddle of vessels that early is you gone? Nah, good. Perfect. Well. You might also watch the ηV god also have been poetry. Then we will have to do another ID or anything else. Right now let us another spin. It makes �ециate ma. . I don't know. Fuck my who's through? Everybody dead. I need to practice. Die haben First Blood, also wird besser. Karl hat einfach gelaggt, wie sollen die auch gewinnen? Leggi Karl. Und wo ist es bei 2 A? 48, okay. Das ist echt hart. Wo ist dieses Dogemann? Uh! Das ist respektvoll, Junge. Der steht doch. Ey, das ist genau das gleiche wie eben, ne? Loll. Get fucked up. Äh, wo ist der Pod? Blöd, 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 blöd. Blöd, 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 blöd. Was ist everybody blöd? Der Kunstfarmer ist einfach geliebt. Nein, nicht der Artfarmer. Ich dachte, da steht immer Antfarmer. Warum lieben die denn? Ja, 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 ja. Dann ist der Kunstbauer. Sie spinnen. Oh! What do we do? What do we do? Down. Doch, ist so laut. Ja, scheiß auf den. Hallo? Hallo? What is BM? I don't know what BM is. Bull Mist? Oh, Karl! Oh, Karl! Oh, Karl! Oh, Karl! Karl, ja! Karl, ja! Oh, 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 oh! We're all right, Karl leading into serious business, guys. Vielen Dank.